Hi, ich bin Sabina und mache hier meine Informatik-Lehr. Komm, ich zeige dir mal, was ich so mache. Die Ausbildung bei uns bei der S-Plus wird in zwei Teile aufteilt. Der erste Teil findet intern bei uns statt. Dort erarbeiten wir alle zusammen unser Grundpissen auf und wir werden hier intern auch die verschiedenen Abteilungen kennenlernen. Der zweite Teil findet extern statt, auch in einem IT-Unternehmen, einfach im ersten Arbeitsmarkt. Und dort wirst du auch deinen Abschluss machen. Speziell bei uns ist, dass man nicht nur einen Berufsbildner hat, sondern während der ganzen Ausbildung auch von einem Coach begleitet wird. Das Coole bei der S-Plus ist, dass mega auf meine Bedürfnisse geachtet wird. So kann ich in meinem Tempo Fortschritt machen. Untereinander haben wir einen mega guten Zusammenhalt, weil wir immer wieder gemeinsam an Projekten arbeiten, trotz unterschiedlicher Lehre. Wenn dieser Einblick dein Interesse geweckt hat und du Unterstützung der IVA hast, dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.